Norddeutscher Rundfunk 2021 Bost, darfst du heuer noch Junior Cup fahren? Also geht der Junior Cup heuer schneller, Miliz, zu. Servus. Servus. Jetzt habe ich jetzt Sepp. Ja, ist der Mist. Dann machen wir den fertig. Nehmen wir ihn, dass Sepp kommt. Stremdigkeit von der Schleifung von 30. Wir laufen von 14. Dutzend von 4,2,2. Wir sind auf der Grund schon so aufgestellt. Wir sind auf der Grund schon so aufgestellt. Ja, das war nicht so, aber so. Ja, das war nicht 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 so. Ja. Ja, das war nicht so. Ja, das war nicht so. Ja, das war nicht so. Das lässt du glauben, dass die Zeit gut ist. Schiederwisch, Obergang, raufgegangen, ganz schön. Training fahren ist keine Chance. Servus, Josef. Für den Leifen Nummer 12, 14,44. Trainingszeit für die Startnummer 677. Für den Lauf Nummer 9, 14,516. Lauf 9. Frei. Alles gut.